Das schnellste Skateboard der Welt Ich bin heute nach Berlin geflogen, um das schnellste Skateboard der Welt abzuholen In Berlin angekommen, habe ich dann Marcel von den Scooterhelden kennengelernt Der mir das ganze Board erstmal gezeigt und erklärt hat Und dann ging es auch schon los auf die Rennstrecke Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten und habe mich mehrere Male fast gemauelt Doch irgendwann hatte ich dann den Dreh raus und es hat richtig Spaß gemacht, damit rumzuheizen Das Board fährt einfach 50 kmh, was absolut crazy ist Dank den Offroad-Rädern kann man damit auch über die Wiese fahren, was einfach so aussieht als wirklich Schweden Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Board von 1 bis 10 findet und checkt das ganze Video von den Scooterhelden ab